Ey, ne, ist nicht dein Ernst, war nicht das Ding, ey. Das Headways, oder was? Lass uns ja erstmal hier reingehen. Ja, in den Rindern, und quatsch ich so viel, ey, da. Okay, peace, man. Oh, hier, Wüstenflitzer, ey, was für dich, ey. Ja, natürlich. Die ganzen Hardcore-Fahrer hier. Auf jeden Fall, ey. Na, Tony, das willst du jetzt fahren, ja? Ja, das will ich jetzt fahren. Na gut, dann steigen wir da gleich mal ein. Aber wir füllen jetzt hier erstmal eine kleine Spritzrunde. Ja. Na, gucken, wie das Ding hier abgeht. Jetzt ist es los. Dann würde ich mal sagen, rennen wir da mal ganz spritzig hoch hier. Das ist nicht voll, das ist gar nichts. Noch schön leer, super Wetter. Das passt alles. Das passt alles. Sicher ist es ein witziger Tag. Das ist ein witziger Tag.